Hallöchen und willkommen zurück. Übrigens danke fürs Abo. Finde ich sehr nett. Vielen Dank. Wir wollen jetzt trainieren, trainieren, trainieren und gewinnen. Es geht darum, dass hier überall Becher verteilt wurden. Und wie es bei der NDBL typisch ist, wollen wir die jetzt jagen, finden und zusammen sammeln. Und wir haben tatsächlich die Erlaubnis bekommen, den gesamten Laden dafür zu benutzen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Also los geht's. Blaster voran. Team, los! Wooh! Untertitelung des ZDF, 2020 So, inzwischen hatten wir ordentlich unseren Spaß, wir haben uns warm gespielt, wir haben uns ein bisschen ausgetobt und jetzt heißt es, wir sind ordentlich vorbereitet für die nächste Meisterschaft. Es kann in die nächste Runde gehen. Zwei haben wir schon gewonnen und durch die großartige Sponsorschaft und Hilfe von Smith's Toys sind wir auch hier wieder bestens vorbereitet. Das heißt, NDBL 2021, hier kommen wir!